Beim Outdoor-Yoga ist es so, bis zuerst an der frischen Luft, wo alle gut ist. Schwierigkeit ist natürlich auch, dass der Boden oft unheben ist. Also da wird es dann manchmal herausfordernd, da in Positionen zu sein, das Gleichgewicht zu halten, irgendwie einen guten Wiesenfleck zu finden, auf dem die Wirbelsäule gerade liegen kann. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass man direkt auf einer Wiese praktiziert und nicht irgendwie eine schön gemachte Plattform hat. Und dann gibt es natürlich Herausforderungen im Outdoor-Yoga. Also es gibt Insekten, es gibt Regen, es gibt Wind, es gibt schaulustige Wassertemperaturschwankungen. Das macht schon viel aus. Und beim Outdoor-Yoga ist es auch so, dass ich finde manchmal, dass diese Verbindung zu sich selbst, oder ich sehe es so in meinen Kundinnen und Kunden, dass die da noch irgendwie verstärkt spürbar ist oder passiert. Weil es eben so die äußere Natur mit der inneren Natur connectet, indem man draußen praktiziert. Also es ist ein größeres Gefühl, finde ich, des Verbindens so. Und glaubst du, jetzt hat er gewusst damit zum Teil, dass der Raum irgendwie weiter ist, also dass der Himmel über einem ist zum Beispiel? Ja, glaube ich schon. Also ich mag beides, ich finde beides super, Indoor-Auto. Aber eben diese Weite zu spüren, wenn man draußen praktiziert, man ist eben nicht in vier Wänden, wie wir es halt eigentlich ständig sind. Sei es das Haus oder im Büro oder egal, was man arbeitet. Die meisten Menschen arbeiten in vier Wände und das Bedürfnis ist ganz, ganz groß, rauszugehen. Und wenn man dann so sein Yoga praktiziert und einfach auch diesen Weitblick hat, der nicht irgendwie durch Wände eingeschränkt ist und also spürt so, ja, alles ist möglich, alles ist offen, alles ist soweit, dann macht das natürlich was enorm. Ja, ich habe schon ganz viel wirklich emotionale Momente miterleben dürfen in so einer Auto-Yoga-Praxis. Und hast du ein Beispiel, also ohne da jetzt auf persönliche Details einzugehen? Naja, also Beispiel konkret. Nein, dass die Menschen danach einfach, wenn man die Yoga-Praxis abschließt, oder? Mhm. Da ist nochmal eine andere Energie. Und sie sitzen noch länger nach als im Studio. Also sie bleiben sitzen, sie stehen nicht gleich auf, sie haben die Augen auch noch ewig geschlossen. Und wenn sie die Augen aufmachen, dann ist es so, wie wenn sie gerade den Ort, in dem sie eigentlich leben, neu erkunden würden. Also die Augen gehen, wenn man in alle Richtungen staunen soll. Also ob man alles, was man eh schon so lange kennt, gerade irgendwie nochmal eine neue Farbe und eine neue Schönheit vielleicht gekriegt hätte. Wow, wie schön ist das eigentlich, dass man dann so die Welt so neu entdecken kann. Genau, und es funkeln dann auch die Augen und man merkt, wie der Atem anders fließt. Und sie sind dann langsam auch in der Bewegung, wenn sie aufstehen, die Matten zusammenrollen. Und das Spannende ist ja, dass das dann trotz der Ablenkungen oft dieses Outcome ist. Also ich habe schon Outdoor-Yoga-Stunden gehabt, da waren wir mitten in einer lästigen Fliegen- und Gelsenplage irgendwie. Und sie waren alle während der Yoga-Einheit beschäftigt, sich da irgendwie nicht stechen zu lassen. Und ich habe mir schon gedacht, oh Mann, das ist eine furchtbare Yoga-Stunde und da kann ja keiner zu sich kommen. Und am Ende fragen sie dann einfach, wann machen wir das nächste Mal drauf? So, so, was? Wirklich? Sicher, dass wir nicht wieder in den Raum gehen sollen? Aber einmal hat es zum Regnen begonnen. Es hat sich erst ganz leicht getröpfelt. Und ich habe dann so zur Sicherheit gefragt, soll man in Ruhe unsere Sachen zusammenpacken, in Ruhe in den Raum reingehen? Der war gleich nebenan. Und dann machten wir den Matten wieder aus, machen in Ruhe da weiter. Nein, sie wollen im Regen bleiben. Okay. Und wir haben dann echt, der Regen ist immer mehr geworden und wir haben einfach wirklich im Regen praktiziert und sie haben immer mehr gelächelt dabei. Und das Shavasana war dann im Regen und sie waren so glücklich und so begeistert. Und es war so fein, wie der Regen da auf- und runterprasselt. Und ich denke mir dann eh so, ja, ich meine, wir haben das verlernt. Wir legen uns nicht mehr in den Regen raus, wenn es regnet. Wir gehen rein. Das machen Kinder, dass sie draußen im Regen herumtanzen. Und ja, im Laufe unseres Erwachsenwerdens verlieren wir, glaube ich, diese spielerische Freude mit der Natur. Und ich glaube, dabei verlieren wir auch so einen Teil von unserer inneren Lebendigkeit. Und in so Outdoor-Yoga-Momenten, glaube ich, findet man manchmal ein Stück davon wieder an. Und in so Outdoor-Yoga-Momenten, glaube ich, ist da so eine ... ...